Hey du, schön, dass du dabei bist, mein Name ist Chris, wir spielen Fairqual und machen mal das. Das ist ein wenig Sinn, um diese Krieg zu gewinnen. Die Zeit kommt, Baby Tigre. Wir brauchen Carlito, der 5. legendärer Mitglied der 67. Und der schwerste Mutterfucker, die ich noch nie wusste. Soldaten fangen die Pantelone an, wenn sie mit ihm kamen. Du kennst die Sprache, zwei Pferde mit einem Stein? Well, Carlito once shot down two planes with one bullet. He is a national treasure. That was before he retired and went to work in the museum. The regime has put him in a cage to be insulted by filthy true Yaran turistas. His true destiny is on the field of battle. I'll meet you at the museum. Together, we will free Carlito from his prison. Castillo has many bullets, but we will have Carlito and Carlito only needs one. Okay, dann mal los. Okay, cool. Das war's. Wir wollen nach hier. Wir haben ungünstigerweise nichts da, um schnell zu reisen. Ich habe jetzt nicht unbedingt Lust zu fliegen oder halt zu fahren. Wir machen das wieder mit dem Absprung. und versuchen so weit wie möglich daran zu kommen, um das zu erledigen. Ob wir irgendwann mal dahin müssen, wo die Rauchwörter... Ich frage mich, ob das Ort sogar Rekord des Krieges 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 des Krieges. Funktioniert gut. Ich hole jetzt auch langsam mal den Fallschirm raus. Damit wir auch tatsächlich high auf den Boden ankommen und nicht sterben. Okay, haben wir sonst noch jemanden? Ah, da hinten ist noch einer. Ah, den habe ich gar nicht gesehen. So. Dann müssen wir einmal die Waffe tauschen und zwar brauchen wir... Den erst du... Den erst du... Diese erst mal nicht. Können wir gerne austauschen gegen ein Scharschützengewehr. Scharschützengewehr. Der ist da hinten? Kommen wir da hin? Ich sehe aber den grünen Punkt nicht so richtig auf seinem Köpfchen. Hm. Die laute Musik anstrengend. Jetzt sehe ich es wieder nicht. Also bin mir nicht sicher, ob ich richtig drauf bin. Können wir uns hinlegen. Jetzt sehen wir ihn nicht. Jetzt ist er hinter der Wand. Den sehen wir, aber der ist gerade nicht markiert. Ich weiß nicht, ob wir da dann die Color hinbekommen. Wir packen alles weg und suchen uns mal so den Weg nach drinnen. Okay. Okay. Da steht ein Pantel drinnen. Komm schon, ich bekomme nicht. Das Museum ist frei. Schau. Der Präsident Castillo hat uns dieses Museum als Geschenk gegeben. Danke für mich. Aha. Was ist das? Die Revolution beginnt mit der Seduktion der Weak. Propaganda by Professor Samuels. Ist das Diego? Poor kid, never had a chance. In the fall of 1966. Dann machen wir heute mal eine kleine Museumstour. Ah, da ist er. Was hat dich so lange dauert? El Tigre. What are you doing? Are you not worried about getting recognized? Don't worry. I brought markers for autographs. One for me, one for you. That's not what I meant. This museum used to be dedicated to us legends, but Castillo rewrote history to make us look like villains. He even found a way to paint Carlito in a bad light. I wonder what history will say about us. They will say this was the day when two legends walked into a museum and three walked out. Oh. Oh. Huh. Oh. 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 Dann gehen wir weiter, er ist schon ein Stück hier vorgegangen. Ist das nicht das gleiche Bild, was wir schon gesehen haben? Oh, okay. Wo ist er denn, der Kleine? Da unten? Ah, da oben geht es nicht. Hier wieder ein Alarm. Ach, da geht es raus. Müssten wir nicht gleich durch sein. Hier sind wir jetzt draußen. Wo geht es jetzt lang? Ah, das war es. Wir sind fertig. Dann gehen wir nochmal rein. Sehr schön bei euch. Gucken eine Etage weiter hoch. Die Indie hat die Wienbienbien. Dreht er sich rum, ich hoffe nicht. Den wollten wir schon von ein Stückchen weiter weg ausschalten. Hat nicht ganz funktioniert. Da hat der grüne Pfung, der rote Pfung. Und ich war mir sicher, ob wir drauf sind. So, der Alarm ist hier. Schalten wir auch aus. Nervt fürchterlich. Ich versuche, dass ich jetzt wieder zurückkriege. Ich versuche, dass ich jetzt zurückkriege. Waren wir hier schon mal drin, ne? Doch, ich glaube schon. Hier gibt es noch eine Kiste. Oh, ich bin hier. Oh, ich bin hier. Oh, ich bin hier. Oh, ich bin hier. Ha-ha, Carlito. Baby Tigre, du hast es geschafft. You should have said from the beginning that Carlito was a tank. Ja, wow, what are you talking about, it's Carrito, everyone knows Carrito, baby tigre, there's a cave we used during la revolución, take a left on the road, get to the nearby bridge, nothing will stand in our way. Have you a buffer? Ich hoffe, er macht den Helikopter kaputt. Oh, ein bisschen festgefahren. Jetzt haben wir noch ein Schild. Da ist die Brücke! Nach dem Weg ist ein Weg zur Reveal! Haha, wir machen das! Nichts kann uns stoppen! Ich dachte, es war die andere Person auf dem Foto. So, hängt an so einem kleidmütlichen Stein fest, fürchtet. Baby tigre! Die schießen ja nur mit so einem kleidmütlichen. Können wir da durch? Okay. All right. Come on. Thomas will help you against Carrito! With Carrito, nothing can stop us! Hey! El Tigre! Carrito's pretty old and taking a beating. Is he even going to make it? Carrito's the one who does the cutting, let me tigre. No one can kill Carrito! Keep going! We're almost at the cave! It's going to be on the right! I think Carrito is my new favorite legend! I'll pretend you didn't say that! Boy, I get it! Dann haben wir schon zwei Panzer in unserem Inventar. Geh weg, nicht das wirklich anfangen. Ach so, da rein jetzt. Oh, sorry. Okay. Ich glaub ich hab jemanden umgefahren. Unabsichtlich. Was ist das? Ich hab mich auf! Mach das nicht mehr! Ist gut! Was ist das? Entstanden? P kald in Pflege! Und schmerz den Kopf! ? Ah! Oh, Mann! Es ist ja ein paar, was sonst. Er. Ich will. Gitarren. Der Tigre! Moroso, du kam! Was ist er hier? Ich wollte ihn sehen Carlito für sich selbst. Ha, 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 ha! Mi kompai! Wie viele Jahre seit du hier bist? Too viele. Carlito und ich, wir haben viele gute Erinnerungen. Zeit für neue. Sie sollten uns zusammen, Hermano. War ist so, wenn wir alle frei sind. Ja, ha, 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 ha! Hey, komm! Komm, es wird gut sein! Ich bin gut. Komm! Komm! Ist ja schon. Wir haben ja schon. Wenn wir alle frei sind. Wenn du ab. Komm! 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 ganz kurz gucken, ob das hier hinführt. Ich will da noch irgendetwas finden, was interessant ist. Hm, den bösen Ausgang. Dann gehen wir noch mal einen zurück. Da waren noch zwei Ausrufezeichen. Die wollen wir noch klären. Okay, die sind nicht hier unten. Dann sind die wahrscheinlich über den Berg. Okay, an dieser Stelle vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst. Und bis zum nächsten Mal. Bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.